Mit neuen Technologien können immer größere Mengen an Daten im Internet generiert, verarbeitet und gespeichert werden. Professor Johann Christoph Freitag hat in dem Europäischen Verbundprojekt Preziosa an Technologien gearbeitet, die den Schutz der Privatsphäre bei großen Datenmengen gewährleisten. Das EU-Projekt Preziosa, das ich zusammen mit vier anderen Partnern aus Deutschland, Belgien, Frankreich und Polen seit zwei Jahren bearbeitet habe, hatte zum Ziel, personenbestogene Daten in Autos zu schützen. Dabei gehen wir davon aus, dass in nicht allzu ferner Zukunft jedes Auto permanent mit dem Internet verbunden sein wird, um die Möglichkeit zu geben, sowohl dem Fahrer Internetdienste zu nutzen, als auch zwischen Fahrzeugen bestimmte Aufgaben automatisch zu erledigen. Als einfachstes Beispiel lässt sich, was heutzutage auch schon ohne Internet möglich ist, den Abstand zwischen Fahrzeugen zu bestimmen und zu nutzen, um Mindestabstände einhalten zu können, aber auch beispielsweise, um bei der Sammlung von Geschwindigkeitsdaten von mehreren Fahrzeugen zu bestimmen, wo liegt ein Stau vor, wo liegt möglicherweise ein Unfall vor, um so automatisch beispielsweise Alarm auszulösen. Dieses ist auch ein gutes Beispiel, um wiederum darauf hinzuweisen, dass Fahrerdaten im Falle eines Unfalles möglicherweise individuell offengelegt werden sollen, beispielsweise die Blutgruppe eines Fahrers, das Alter, das Geschlecht, um zielgerichtet Hilfe leisten zu können. Diese Daten sollen aber im normalen Verkehr sicherlich nicht an Dritte übermittelt werden. Dazu ist es zunächst selbstverständlich, dass Kommunikation geschützt wird dadurch, dass Verschlüsselung vorgenommen wird, dass Daten sowohl im Auto verschlüsselt abgespeichert werden können und bei einer Übertragung, und das war die größte Herausforderung, nicht beliebige Daten herausgegeben werden, sondern nur die Daten, die notwendig sind, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Gleichzeitig haben wir auch dafür gesorgt, dass jedes Datum mit einer sogenannten Regel verbunden wird, die besagt, wie diese Daten nicht nur verarbeitet werden können, sondern möglicherweise auch an Dritte weitergegeben werden können, wie lange diese Daten aufgehoben werden dürfen und ob sie nur verschlüsselt oder anonymisiert weitergegeben werden dürfen. Diese Dinge alle zu kombinieren, ist eine Herausforderung und der haben wir uns in Preziosa gestellt und dort eine Architektur entwickelt, die diesen Anforderungen genügt. Als Forscher im Bereich Datenbank sehe ich zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite werden wir immer mehr in der Lage sein, große Datenmengen, die wir sammeln über Sensoren, über Individuen, sehr schnell zu verarbeiten und zu kombinieren und damit Profile zu erstellen, die Aussagen über Individuen machen. Auf der anderen Seite bin ich sehr optimistisch, dass wir technisch in der Lage sind und in den zukünftigen Monaten und Jahren sein werden, den Schutz der Privatsphäre zu garantieren. Das wird nicht in allen Fällen hundertprozentig möglich sein, aber wir machen es Datensammlern und Datenintegrierern immer schwieriger, wenn es denn nicht gewollt ist, solche Daten ohne die Zustimmung des Einzelnen zu sammeln und zu verarbeiten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel, das in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen wird. Deswegen möchte ich, dass diese technischen Möglichkeiten auch entscheidern, gerade in der Politik, zugänglich gemacht werden, sodass der Bevölkerung die Angst und die Sorgen genommen werden, dass wir nicht in der Lage sind, der Sammelwut einiger Firmen Einhalt zu gebieten. Das ist ein wichtiges Ziel, das ist ein wichtiges Ziel.